Ja, das war in Kassel. Auf so einer Reachterbahn. War lustig. Oh, das Ding hat sich gedreht. Und die Gitarre. Auf der spiele ich auch noch. Die habe ich mal im Knast gebaut. Aus Bibel zusammengesammelt. Hab die Pappe gebraucht. In der Schreinerei habe ich mir das Zeitsignal irgendwo. Dann hatte ich Seiten organisiert. Mir schmucken lassen. Aber irgend so ein Neider hat sie auf die letzten Tage zerschnitten. Der Neid.